ARD Text im Auftrag von Funk Das ist gut. Will ich hier wieder schauen? Ja. Vorstellen bitte in der Acht, ja? Warum wolltest du mich treffen? Du wolltest mich treffen? Ja. Wo bist du, Maria? Ich habe in einem schönen Stadt. Das ist schön. Ein großer. Was für dich? In Brandenburg. Mein Sohn wohnt da. Mit seinem Vater. Wow. Es ist alles in meinem. Alles in deinem. Nur das Gebäude. Wohin gehen wir? Ein kleiner Weg zum Vergangenheit. Wo kommst du her? Italien. Na schön. Und was verschlägt dich so nach Deutschland? Sie ist Nutter. Wie ich. Was? You have to leave. Ich glaube, ich kann das nicht. Was. 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 Vielen Dank.